moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen glichspot zeigen auf der karte split mit rays oder geht auch mit jet ich zeige es euch jetzt mit jet wie es funktioniert leute ihr braucht sage zu hilfe ihr müsst hier in die ecke gehen sie boostet euch hoch wenn ihr das mit jet macht müsst ihr zweimal hoch springen und nach vorne leute ihr braucht nicht zu dashen einfach nur mal nach vorne und dann kommt ihr so wie ich auf diese unsichtbare wand von ihr aus habt ihr einfach ein super ausglück leute keiner rechnet damit dass da oben jemand steht und ja das war es auch schon ach so leute ganz wichtig falls sie dann auf den spot seid ihr dürft nicht nach vorne gehen weil wenn ihr nach vorne geht seid ihr stuck und ja in einem normalen match kommt ihr da nicht raus wenn ihr raus wollt leute aus dem sport einfach hinten rausgehen ja leute das war's dann auch schon mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja schreibt mir in die kommentare leute lasst ein like da und alle die die noch kein abo da gelassen haben können das jetzt an dieser stelle gerne tun ja vielen dank und bis zum nächsten mal ciao